hallo leute was geht ab mein name ist patrick ihr kennt mich ja schon um bei uns geht gerade wieder voll die action ich hoffe ist fuart ja genau tyriata man sieht ja jetzt gerade ganz linke zeile vierte von unten der ich hab mir wie gesagt den fuart geschnappt und zack mit dem gerade eine runde minecraft hunger games die frage ist warum ganz einfach wie gesagt warte die erste frage ist ich bin komisch gespawnt ich weiß nicht wo die hügel waren oder war das da ist fuart hi fuart wir sind schon in der aufnahme ja ich weiß hallo auf jeden fall haben wir uns mal überlegt ja costa ist ja gerade im urlaub und er guckt sich ja unsere videos auch an dann überraschen wir ihn einfach mal mit einer runde hunger games auch wenn er es nicht so richtig bleiben kann keine ahnung ach da bist du töten 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 siehst du mich ja ich bin hinter dir okay dann hol dir schweine lauf nach rechts und hol dir schweine ich hab nicht mal ein schwert als erstes mit der hand du voll bob ja das dauert zu lassen das ist ein schwert machen du bock ich hab doch ja ich will jetzt erstmal hier weiter weg laufen ich habe es genug fleisch oder mal ansatzweise fleisch ich bin die klasse rummelde holz ich mache hier das foto weiter ja warte mal wo bist du jetzt oben oder unten ich bin immer unten okay dann wo ist hier holz da hinten geh ich hin das ist ein anderer da will ich nicht hin hier hat schon jemand eine mine mit mit dass du mich jetzt verwechselst ich weiß ich weiß aber nicht mehr wo du bist das ist es ich bin weitergelaufen bist du um ich bin da wo wir uns getroffen haben großen bergen vorbeigelaufen nein ich bin zwischen den zwei ich bin zwischen den zwei laufen weiter in die richtung ich bin zwischen den zwei laufen weiter in die richtung ich bin an dem kleinen see wo du das schwein getötet hast aber dann laufen wir weiter in die richtung von dem hügel weg ganz kurz ich töte das schwein hier nicht schon hier bin hat mir das fleisch geholt ich steige einfach ganz oben auf den hügel ich besteige den hügel war noch 30 sekunden wir haben uns noch nicht mal richtig gefunden in die richtung in die richtung patrick es gibt nord süd west und ost und in welche richtung das ist die inkompetenz für einen jungen namens patrick du hörst einfach nicht richtig zu mann in welche richtung soll ich jetzt laufen in welcher richtung aus weg richtung berge wo wir gelaufen sind ich bin nicht aber in den bergen weiter zwischen zwischen deinem spawn und meinem spawn ist ein unterschied ich bin nämlich woanders gespawnt als du zum beispiel auf den bergen gespawnt hä ich bin weiter weg gespawnt ja aber du bist in die gleiche richtung gelaufen ja ähnlich warte ich lauf jetzt einfach weiter da ist ein offenes feld alle die ersten sterben schon ja mann hier geht es gerade richtig mega ab und hat eine gold rüstung so sieht es aus verpiss dich alter ach ne das ist ein skin das ist ein skin alles gleich bin jetzt hier bei wasser angekommen ok ich bin jetzt durch den kleinen wald durchgelaufen durch diesen kleinen wald da ja ok warte dann den berg hoch und jetzt glaube ich gerade den gleichen berg wieder runter da stelle ich mal ganz oben auf dem berg so dass man dich sieht ja mach einfach passiert nichts alles wir sind kürbisse von hier oben sehe ich kürbisse die sind ziemlich neben aber ich weiß nicht wo du bist hier von sich so ein kleineren war alt ist und daher wir sind locker zehn schweine naja genau auch weiter ja warte die tötet ich jetzt erstmal die richtung von da wo du gekommen bist und erst mal ganz schön ja leise das hat meinsthoff an der games mal wieder mit dem fuhr mit mir und ja und kein hafen Prozent ich gucke jetzt ich pointe jetzt gerade okay du bist nicht am nächsten bei mir ich werde das aufs maul kriegen warum weil da einer mit einer steinhack auf mich einschlägt und ich sowieso keinen Hunger mehr hab und kein Herz mehr bitte zweitze mich nicht er geht weg ich glaube weil ich seine weil ich seine schweine getötet hatte ok ich hab bei mir gerade brennt alles ab er kommt wieder kannst du Richtung Ding laufen in Richtung Absgrenzzone warte ich muss zu richtigen schweine laufen ok warte der ist weg der ist weg am Arsch alter ich hab keine Hungeranzeige mehr ich bin jetzt hier am wald von dem ähm am rand von dem wald ich bin hier so ähm wie heißt es so wie so eine insel auf einem wasser berg also so ein berg der ist komplett einsam und allein im wasser steht direkt an der küste aber kannst du einfach rüberschwimmen das was in der nähe von bambus man muss ja hier ist bambus ein ganz hohen berg ganz hohen berg schau dich mal um Richtung Sporn ähm Patrick kann es sein dass du deine Render Distanz höher hast ich hab's auf normal ähm options warte pass auf was wir müssen jetzt machen drück einfach F3 ja sag mir mal deine koordinaten ähm y65 also ne ist ja irrelevant also X330 Z333 ja ich bin bei X62 und Z80 also schon ein bisschen von dir entfernt dann bleib einfach komm mir entgegen ich komm jetzt was wo bist du? sag nochmal deine Daten warte ich bin jetzt bei X80 Z64 Z64 ich bin jetzt bei X die Daten muss bei mir niedriger werden ich bin jetzt bei X60 X2 X2 äh Y200 äh Y sag ich X200 und hier ist eine Riesenhöhle soll ich auf dem Weg Baum fahren? kannst du machen guck aber immer immer wieder auf deinen Kompass essen habe ich genug essen habe ich genug musste keine Sorge mehr drum machen bei dir schon du frisst sowieso alles ich glaube nicht ich habe noch nie glaube ich so lange bei Hangar Ramps überlebt doch letzte Aufnahme da war ich nicht da da warst du gar nicht dabei stimmt also Leute wir wie gesagt zocken ja gerade im Minecraft Hangar Games ohne den Kosta und ohne den Simon das ist ein bisschen schade aber machst du nix na beides Bobbies die kann Hangar Ramps zocken obwohl du hast mir erzählt Simon Franz ganz kurz ganz kurz ganz gut ich habe den Eindruck davon gehabt dass es ganz gut fand ok ich bin jetzt bei Z55 X3 110 320 330 Z55 ich glaube jetzt ich bin jetzt genau bei Y da warte Patricio X0 war gerade irgendwie warte ok das sind extrem viele scheiße Tyriata da war ja ich habe dich auch gehabt Pepperschose, Quan Kotex Kotex hat dich da ich hab dich hast du mich? ich steh ganz am Rand ich versuch zu dir zu kommen aber ich hab halt extrem viele gesehen ok ok waterjump wenn es unkürt wird dann haben wir sowieso Arschgrate wir haben noch nix hier ist ne Kuh soll ich die mitbringen? ja wer macht das? wir sind ziemlich viele Kühe ja ich hab schon einige gesleckt wir müssen sehr viele nicht gesleckt haben alter brauche ich ewig ich plante jetzt einfach in die Kiste hin du hast mich noch auf den Kompass? ja ok sehr gut soll ich jetzt auch mal wieder drauf gucken soll ich jetzt auch mal wieder drauf gucken ähm wir machen das einfach so wenn der ähm ähm wenn der Fuhr stört dann mache ich einfach weiter aber angenommen ich stirb dann wird natürlich die Aufnahme einfach abgebrochen natürlich ähm für klar ja weil ich halt scheiße bin und unwichtig ne was willst du dann was soll ich dann noch machen? also beziehungsweise ähm ja was können wir dann noch machen? ich kann aufnehmen ne spaß ich kann Minecraft noch nicht richtig irgendwie muss ich noch ein bisschen mit der Einstellung spielen hier brennt langsam bei mir alles ok dann bist du schon am Rand ist schon mal gut schau mal schau mal bewegt dich mal nicht zu viel weil ich fahre mir noch extrem viele Kühe hast du Betten? ne natürlich was bringen dir Betten? ja keine Ahnung ne Betten bringen dir gerade gar nichts warte mal du musst dir auch wieder ein unbehandeltes Holz mitbringen ich hab schon Holz behandelt ok dann muss ich wieder welches holen Tyriator ja ich hab dich ok dann bist du gleich ganz normal ne ne ich bin unter dir über dir unter dir ok hier brennt alles aber ich geh hier weg komm hier rein komm hier rein wieder zu machen wenn ich jetzt ein Stück Fackeln etc hast du noch nix ne äh ich geb dir jetzt pass mal auf warte bleib mal stehen ne ich bleib stehen also ich hab jetzt 2 und 6 und 28 1 2 3 1 2 3 4 4 4 6 7 8 10 und den oder nicht so so woens war das sieht aus wie so n ja ich hab ein Stone Sword und Plus 5 Attack Damage guck du mal wieder auf den Eingang nicht dass das was ist es ist schein ne es ist Gravel Es ist mit unserem Textur-Pack ein bisschen komisch, gell? Nee, nee, ich war mir gerade noch nicht sicher, weil es gerade bei mir so dunkel ist. Ja, doch, ich sehe den Unterschied jetzt. Okay, pass auf, ich mache dann jetzt nämlich das mal so. Dann baue ich nämlich jetzt hier... Wir müssen Kohle finden. Farm du mal Holz, willst du meine Axt? Ja, ich mache jetzt hier erstmal gerade mal... 4 Torches, einen mache ich jetzt vielleicht nicht gerade da hin. Was, äh, Kohle? Nee, ich habe jetzt erstmal, ähm... Oh, jetzt mache ich jetzt erstmal das hier weg. Irgendwann gewöhnt man sich an das F3-G. Oh ja, mache ich auch mal weg. Das ist natürlich geil, wenn du Diamant findest und dann den gleichen Block baust. Und wenn du nur genug findest, gleich. Warum springt ihr im Diamantblock? Ja, da kann nur noch kommen, dann auch definitiv keiner mehr zu dir rein. Nach fünf Minuten bis zum Fest mal. Dann kommst du aber auch nicht raus. Du musst nach unten, du musst viel nach unten graben. Du brauchst definitiv Eisen, die haben alle Eisen gefunden, werde ich mit dir. Und ich fange jetzt hier schon mal an. Jupp. Eisen und Kohle brauchen wir, sage ich hier. Mach dir mal an der, an der Truhe, ähm, ne Stein-Hacke. Da ist noch Holz, da unten. Steilspitzhacke, sagst du? Ja, mir auch eine. Noch fünf Minuten? Okay, also da müssen wir uns jetzt echt noch ein bisschen ranhalten noch. Ja, da müssen wir sowieso nicht hin, Mann. Also in manchen PvP-Servern musst du dahin teleportiert. Hier, Patrick. Ich brauch hier Eisen. Äh, Stein, meine ich. Wieso? Ich hab da auch ein Eisen gefunden. Ich hoffe, das ist jetzt eine Eisader. Eine Eisader, weißt du? Mhm. Ich hab hier mal ein bisschen drum herumgraben. Oh mein Gott, Lava! Mach zu. Oh Mann, du stehst da. Oh, 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 oh. Ja, was laufst du? Geh durch mich. Geh mal weg. Hat's noch was? Geh mal hinter mich, geh mal hinter mich. Oh, oh, Höhle. Und holst es Eisen, aber mach dazu. Nicht riskieren. Äh, ich muss ganz kurz was machen. Nein, 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 du gehst jetzt nicht weg. Nein, 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 nein. Your mom is OP, my dad is OP. Da unten ist Cola auf jeden Fall. Pass auf, warte, geh mal hinter mich, mach. Ich seh nichts. Ich schläge dich gleich da runter, du Mongo. Okay, auf gut Glück. Okay, soweit safe. Sag mal, okay, du baust schon den Stein ab. Äh, das ist Kohle. Die Kohle. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Äh, wie viel Kohle hast du da jetzt gefunden? Oh, guck mal nach vorne, wie viel Kohle da ist. Ich brauch schnell ne Facke. Und dann bau die eine ab. Guck dir das mal an. Okay, go. Okay, das ist ne Sackgasse, hier spawnt nichts. Hoffe ich jetzt einfach mal. Doch, da kann was spawnen. Nach zwei Minuten. Ach, du scheiße, gehst doch mal runter. Leute, bei mir steht jetzt hier auf zu fliehen und kämpf. Ich kann nichts mehr abbauen. Aber ich noch. Okay. Auch nicht mehr. Also. Ähm, wir gehen jetzt hoch, nehmen wir die Kohle mit. Doch, warte, ich kann alles, nur das nicht abbauen. Gerade. Wetten, das liegt irgendwie. Kann keine Rohstoffabbau. Ähm. Ich hab ne neuen Eisen, jetzt komm schon. Warte, also jetzt machen wir das Eisen da rein, erstmal. Jetzt ganz ruhig. Äh, ich hab ne Kohle, meine ich. Vater? Ja, das war vor jetzt, Bruder. Ne, lass sie doch nicht stumm, mach nicht stumm. Ah, die neue Klasse Reiter ist, äh, hier für 5 Euro ein richtiges Schnäppchen. Oh, 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 oh. Fuhr, mach was. Mach die Kohle rein. Das ist jetzt wahrscheinlich stummgestellt, aber mach die Kohle rein. Jetzt mach ich einfach noch mal ganz kurz in den Ofen. Ich weiß, Fuhrd hört mich. Ähm. Zieh da die Hälfte ab. Jetzt versuche ich einfach mal, dass es noch ein bisschen schneller geht. Ähm, wir wissen jetzt nicht, ob wir teleportiert werden. Ich kann jetzt sagen, dass wir in zwei Stunden gleich abgehen. Nein. Dann fiss auf. Warte mal, wenn da vier drin sind, ich nehm mir dann. Mach schnell ne Truhe. Ach, scheiß drauf, wir werden teleportiert und wir geben den aufs Maul. Nein, doch nicht, also gut. Gib mir dann Holz, gib mir den Holzsticks, mach Holzsticks und gib mir die. Holzsticks? Holzsticks, ja. Wie viele? Mir egal, 3, 4, 5. Nimm die! Ja, ich kann's nicht. Ja, geh runter. Ah, da unten, okay. Eins. Eins, zwei. So. Sollte ich doch hier nochmal irgendwo ein Eisen, oder auch nicht? Ich hab zwei, du hast mir zwei gegeben. Ah, okay. Warte mal, mach kein Schwert, ich mach eins. Ich mach kein Schwert. Aber ich hab eins übrig. Hinter dir, hinter dir. Nach links, auf 9 Uhr, genau. Ähm, wie viel hast du übrig? Ich hab drei Stück jetzt. Okay. Ähm, wir haben jetzt, also ich hab noch zwei. Wer macht die Rüstung? Wer tankt? Ich weiß nicht, ich hab jetzt erstmal ne Truhe gemacht, wo ich alles rein tue jetzt. Auf Speed. Zwei Tränke auf Speed. Warum hast du ne Crafting Table gemacht, frag ich dich jetzt. Hm? Ich hab keine Ahnung. Ich bin Crafter, du Mungo. Also gut, ähm... Das wurde nämlich einfach gebraucht, aber um zu überleben. Ja, Leute. Wie lange ist man denn schon unter Aufgang? Oh, schon wieder 20 Minuten, ey. Lecker machst. Musst doch duschen, Alter. Morgen wieder arbeiten, ey. Aber nur 6 Uhr. Tschö. Oh. Ich hab frei. Aber ich arbeite am Freitag wieder. Na, ich könnte nur aufbauen haben. Aber ich darf eigentlich nur samstags nicht arbeiten, vor denen. Wieso? Ja, mit 16 darfst du eigentlich samstags nicht arbeiten. Doch. Nicht? Mhm. Okay. Kommt drauf an. Du darfst halt nicht so viele Stunden in der Woche. Warte, wie viele Stunden? Ich glaub 50 Stunden oder sowas darfst du arbeiten. Das ist zu viel. Das darf man definitiv nicht. Echt? Oh. Komm mal wieder her, ich geb dir schon mal das normale Beef. Ja, ich hab alles von mir rein. Die anderen 5 vor ich mir schon mal. YOLO-Line. Ich weiß nicht, wie man sich in so einem Spiel so nennen kann, ey. Nennen ist das Jojo? Ja, genau. Der Kack-Nooballer. Der kann doch gar nichts. Der und Minecraft. Das ist doch übelst geil. Ich ess gerade ein Bounty. Ähm, wie viel Leder hast du? Mh, 13. Gib mir die mal bitte. Okay. Aber nur, weil du bitte gesagt hast. Ich würde sagen, Restfleisch würde ich rausnehmen. Bisschen fackeln, also vier Stück Minimo machen. Oder ich geh weiter Kohle-Farm. Pimp mein Avatar. Naja, dann krieg ich die Eisenrüstung jetzt, mir egal. Ja, machst du. Kriegst du auch, dann hab ich dir die Eisen gegeben. Nein, hast du nicht. Das ist ja auch schon so ein Knappel. Soll ich einen Helm zuerst? Ne, mach am besten große Sachen. Hose. Brauchst du, ähm, acht, ne, sieben für. Ja. So viel haben wir nicht, ne? Ich hab fünf. Na, dann nach. Ein Helm. Ja, Schuhe oder Helm sowieso. Oder gib es einfach mal nur, gib mal. Ja, jetzt ist es zu spät, Patrick. Aber guck dir mal nicht an, Alter. Ich sehe aus wie so, Spartacus. Ne, ich bin so ein Panther, Alter. Hast du irgendwelche Tränke, oder was hast du noch? Äh, ne, ich bin Crafter. Ja, du hast sonst gar nichts. Ich wurde am Anfang mit Wooden Eggs mit plus drei Damage gespawnt, mit einer Wooden Pickaxe plus zwei Damage, mit einem Kompass, mit einem Crafting Table. Also, guck mal, jetzt drück ich mal ganz um, guck, ähm, hier, Tab, dass ihr es mal seht. Es sind jetzt drei, fünf, sieben Leute noch online. Mhm. Und noch da. Ach, Yololein lebt noch, das heißt, es kann ja nicht alles sein, der ist zu kompetent. Das war das erste Mal, wo ich schon war. Also, er hätte es wahrscheinlich nicht mal auf den Server geschafft. Ja, wahrscheinlich. Ne, ne, okay, so stimmt es auch nicht, das war nur Spaß. Psst, fress den. Ah, das ist ein Insider. Okay, nachher steckt uns noch. Ach, genau. Weil das so stark ist, dann muss ich wahrscheinlich wieder wie auf dem Basen erst den Mut antrinken, oder so. Hm, ich bin stürzbesoffen und dann traue ich mich erst Mädchen anzumachen und dann auch so voll behindert. Ohne scheiß. Solche Leute, wenn ihr trinkt und macht ein Mädchen an, boah, dann haue ich euch was mal, ohne scheiß. Nö, kommt drauf an. Ja, aber du weißt doch, hässliche Mädchen brauchen auch einen Schwanz. Ja, du zum Beispiel. Und dann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das war von vorhin. Alter, du hast mich mit Eisenschwert geschlagen. Wie viele Herz hast du noch? Nicht hauen jetzt. Nicht hauen, nicht hauen. Du hast regeneriert, das stimmt ja. Ja, natürlich regeneriert. Was? Was? Say what? Say what? Hör auf, hör auf, hör auf. Nicht töten, nicht töten. Nicht töten. Doch töten. Ich geh mal ganz kurz an Eisenhelm, ich will wissen, wie viele Dinge ich dann hab. Nein, kriegst du nicht. Ich geb ihn dir wieder, ich geb ihn dir wieder. Nein, du bist ein Patrick Müller. Ich geb ihn dir wieder, ich schöne, ich geb ihn dir wieder. Nein. Glaubst du nicht, dass ich... Guck, guck mir zu. Boah, ich hasse das, Alter. Das hat Simeon. Creeport ist was. Ja, was neckt denn? Eisen, äh, Dinger, TNT. Ich geh mal da runter, ob ich mir irgendwas find. Ich komm mit, wir gehen farmen. Aber nein, 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 es geht ja eh nicht mehr. Doch, wir können, ähm, einfach ne Lane farmen. Ja, das bringt aber nicht, wenn du keine Rohstoffe abbauen kannst. Es sind immer noch sieben und ich denk mal, die sieben Leute, die jetzt gerade da sind, die verpüssen sich jetzt gerade einfach. Patrick, mach hier einfach mal einen Weg. Lava, Lava, Lava. Nein. Ich baue hier einfach mal aus, vielleicht treffen wir dann ja auf was. Aber es ist voll langweilig, jetzt hier so rumhauen, hier rumsetzen. Lass mal was machen. Lass mal Patrick töten. Außerdem wird dann die Folge zu lang. Ja, was sollen wir machen? Schreiben wir denen mal, wir wollen für eine Folge alle, die irgendwo uns treffen, dann battlen wir uns. Patrick versucht mal wieder lustig zu sein, aber Totenstille. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Wie Yololein gewinnt. Was? Aber Wetten, du kannst jetzt als erstes aufs Maul von ihnen. Aber Gib mal ne Fackel. Paar Fackeln. Was hab ich denn denn da? Ja, mach welche. Ja, wie denn? Ich geh in deine Axt. Indem du Kohle nimmst. Und... Ohne Kohle geht schlecht, du Vollarsch. Hast du... Alter, du bist so ein Mongowa. Ich hab's. Ich hab's. Hast du mir gemacht? Du bist so inkompetent. Ja, hab ich. Du bist so inkompetent. Du bist so inkompetent. Ja, hab ich. Ja. Da, hinter uns. Ducken, ducken. Ich duck mich schon. Verteil dich, verteil dich. Gib dem Hard, gib dem Hard, wenn der kommt. Da sind zwei, guck mal. Egal, gib den Schnapp hier als erstes. Nein, tschüss. Sollen wir ra... Jo, du Lein. Wo? Oh Gott! Ah! Ich bin geliebert! Lola. Ich bin down. Ja, ich auch. Alter, was ne Hard-to-Free. Alter, der Hard-to-Free. Da hat sich irgendein so'n Drecksgift. Echt? Ja, der hat mich dauerhaft Perm gezogen. Flüssig bezahlt. Der hat mich paar Mal gehitten dann auf dich angeschlagen. Ja, ist voll krass gewesen, Alter. Ja, Leute, das war Minecraft Hunger Games. Die erste Folge, beziehungsweise mit uns zwei. Nach einer halben Stunde bedanken wir uns für... Bedanken wir uns bei... Bedanken wir uns bei euch für eure Aufmerksamkeit und dass ihr eingeschaltet habt. Alter, so inkompetent. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir mp3 zocken, wenn wir lol zocken, wenn wir irgendwas anderes zocken. Bis dann, Fuhrd, dann, was ist das Wort? Ähm. Joneline ist ein Wichser. Fick mir Arzt. Ja, genau. So sieht's aus. Bis dann, haut rein. Haut rein.